hallo ich bin maximilian ich bin 13 jahre alt und letztes jahr habe ich angefangen renncar zu fahren und dabei könnt ihr mich in zukunft begleiten so wir sind jetzt auf dem weg zur kartbahn in niederküchten also in der nähe von niederküchten schwalbenthal dann bis gleich hallo wir sind jetzt da und wir haben schon ausgepackt unsere beiden karts das hier ist mein kart das ist das für mein fahrzeug und ja die bahn ist noch nass müssen wir dann gleich gucken so 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 so